Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 57 und heute sprechen wir über ein Thema, bei dem ich noch nicht weiß, unter was für einem Titel man das führen sollte. Denn wir sprechen heute über ein Thema, das so vielschichtig ist und so, ja, sie so breit gestreut eigentlich werden kann, breit gestreut werden kann, dass man nicht wirklich einen Titel drüber setzen kann. Ich werde mir im Nachhinein dann die Mühe machen und überlegen, was dabei letztlich rumkam und dann einen guten Titel dafür finden. Entschuldigt es also an dieser Stelle, dass ich euch nicht schon mal wieder die Freude vorwegnehmen kann. Ja, insofern, heute sprechen wir über eine, einerseits das Thema, ja, wie bewegen wir uns eigentlich selber in den Bergen, wenn wir unsere privaten Umstände mit einbeziehen, beispielsweise Familie haben oder irgendeine große Verantwortung in einer anderen Art und Weise haben. Wie kann man das vielleicht vergleichen mit anderen Berufsgruppen, denen es doch in gewisser Weise auch so geht und wie kann man das alles übertragen auf Menschen, die damit überhaupt kein Geld verdienen, sondern das einfach nur zum Spaß machen. All das ist vielschichtig, wie schon gesagt und all das, ja, braucht auch wirklich viel Zeit und vor allen Dingen viele intelligent gewählte Worte. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner dafür bin, aber ich werde es mal versuchen. Wie immer muss ich natürlich vorwegnehmen, habt ihr eigentlich schon mal aus dem Fenster gesehen. Ist das nicht wunderschön? Ist der Ende, das Ende des Februars nicht wahnsinnig toll? Es ist nicht kalt, es ist nicht warm, es ist aber immer schön sonnig und ach, es ist doch einfach schön. Die Skitouren, ja, die verlagern sich jetzt natürlich immer weit nach oben und generell Winterwanderungen, die verlagern sich weiter jetzt ins Hochland, denn, naja, unten liegt ja fast schon kein Schnee mehr irgendwo und ja, leider der ein oder andere Eisfall ist mittlerweile auch schon eingestürzt. Man sieht einfach, ja, der Frühling, er will kommen. Er will einfach irgendwie kommen und ich bin gespannt und ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch wieder eine kalte Periode im April kriegen, sondern ich bleibe jetzt einfach mal optimistisch, dass jetzt quasi Frühling beginnt. So, jetzt geht's los, nächste Woche, da wird es jetzt dann richtig schön warm und dann geht einfach der Frühling richtig los. Ich würde es mir wünschen, ich bin aber diesbezüglich nicht sehr optimistisch, egal. Naja, jedenfalls würde mich interessieren, was ihr so unternehmt bei dem Wetter. Ihr könnt mir das natürlich auch gerne wie immer und auch eure Meinungen zum Podcast gerne an kontakt.alpemacademy.at schreiben oder auch in die YouTube-Kommentare. Es würde mich natürlich interessieren, was ihr jetzt die letzten Tage so unternommen habt. Ich habe ja einige Bilder bei, äh, auf Social Media gesehen, grundsätzlich Instagram, Facebook, whatever. Da waren einige von euch unterwegs und zwar ziemlich verrückt unterwegs, teilweise im Gänsemarsch, irgendwo im Dumpcar und teilweise ganz einsam auf sehr unverspurten Hängen. Also ich finde das richtig cool. Ich finde es schön, wenn ihr alle so spaßig unterwegs seid in diesem Sinne. Ihr könnt mir auch gerne immer wieder mal solche Sachen schicken, auch per Direct Message, wie auch immer. So, gut. Genug drum herum geredet. Sprechen wir über das ernste Thema oder das meiner Meinung nach sehr spannende Thema, das vielleicht gar nicht immer so ernst sein muss, nämlich die Frage, haben wir eigentlich eine gewisse Grundverantwortung gegenüber den Menschen, die wir zu Hause zurücklassen, wenn wir in die Berge ziehen? Als Berufsbergsteiger, vielleicht aber auch als Alpinist, vielleicht auch in der Rolle des Hobbybergsteigers und Sportlers. All das, das sind ja unterschiedliche Kategorien, auch gesellschaftliche Kategorien. Wir haben natürlich ein gesellschaftlich anderes Ansehen, wenn wir mit etwas Geld verdienen, als wenn wir das einfach nur als Hobby betreiben. Wir investieren darin irgendwie auch natürlich mehr oder weniger Zeit, je nachdem, ob es gewinnbringend ist oder nicht. Und wir geben dem Ganzen auch einen anderen Wert. Und so ist es auch so, dass wir alle Menschen, die vielleicht im Tal bleiben, den Menschen, die nicht im Tal bleiben, auch einen gewissen Wert zusprechen oder dem, was sie tun, einen gewissen Wert zusprechen. Und das alles in Relation zum gesamtheitlichen Bild der Person setzen. Und da fängt meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannender Weg des Denkens an. Denn wir Menschen, wir sind ja nicht nur Bergsteiger, wir Menschen sind ja nicht nur Arbeiter oder Angestellte. Wir Menschen sind ja so viel, wir sind vielleicht Familienvater, Familienmutter. Wir sind vielleicht, ja, irgendwie in einer verantwortungsvollen Position einer Firma oder bei der Stadtverwaltung oder was auch immer. Wir Menschen haben ein vielschichtiges Leben, wir haben viele Hobbys und wir gehen nicht nur gerne Bergsteigen, sondern vielleicht auch gerne Fahrrad fahren oder gerne laufen oder tun sonst irgendwas, gehen einfach mal gerne lecker essen. Und dabei formt sich unser gesamter Charakter, dabei formt sich unsere Wahrnehmung, wie das Leben eigentlich für uns eine gewisse Wertigkeit erst bekommt. Und das alles ist wichtig, wenn wir einen Menschen als Ganzes betrachten. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir einen geliebten Menschen kennen und dieser Mensch hat ebenso seine Charakterzüge und seine Vorlieben und seine Hobbys und Interessen und so weiter. Und unter anderem ist er aber eben auch Bergsteiger. Und dieses Bergsteigen, das betreibt er vielleicht etwas exzessiver, da macht er schon mal wildere Touren, er macht vielleicht auch mehr Touren, er geht vielleicht auch ans körperliche Limit und nicht nur an die Gefahr, sondern er versucht Leistungen zu übertrumpfen, die auch gesundheitlich vielleicht gar nicht mehr so im Rahmen des Vertretbaren sind. Und all das ist ja dann richtig spannend, denn plötzlich lässt ein Mensch sehr viele seiner Werte und sehr viele seiner Interessen doch eigentlich willentlich zurück. Und im Prinzip ist es noch viel wichtiger, dass dieser Mensch ja auch andere Menschen im Zweifelsfall zurücklässt. Ja, wir Menschen können natürlich auch sagen, naja, ich bin komplett allein, ich bin Mitte 20 oder Mitte 30, ich kenne niemanden, ich bin nicht verheiratet, ich habe keinen Partner, keine Partnerin, keine Kinder, weiß ich nicht, die Eltern sind gestorben, Geschwister habe ich auch keine, ich stehe komplett allein auf der Welt da und deswegen kann ich einen Extremsport oder einen Risikosport machen, ich bin für niemanden verantwortlich und so weiter. Das alles ist aber nur halb richtig, denn es gibt natürlich eine moralische Verantwortung gegenüber Menschen, es gibt eine moralische Verantwortung gegenüber den nächsten Angehörigen zumindest, aber es gibt ja auch eine Mindest, naja, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt Verantwortung, aber das alles impliziert immer so ein bisschen den Gedanken, also dieser Gedankengang impliziert auch den Gedanken, dass es eigentlich vollkommen egal ist, was man tut, es hat keine Auswirkungen oder Sonstiges. Und ohne da sehr esoterisch oder gar religiös zu werden oder werden zu wollen, kann man ja sagen, dass der Mensch grundsätzlich immer irgendwelche Auswirkungen hervorbringt auf der Welt. Also das passiert ganz unwissentlich und vielleicht auch ohne es zu wollen, aber wir Menschen hinterlassen Spuren bei allen Menschen, die wir zuvor gesehen haben. Das erkennt man auch im Kleinen. Wir Menschen können uns wahnsinnig leicht, extrem nachhaltig beeinflussen. Wenn zum Beispiel einer, keine Ahnung, im Bus beispielsweise ein Arschloch zu einem war, dann hat man einen schlechten Tag und dann findet man Menschen an diesem Tag relativ ekelhaft, weil ja eben dieser eine Mensch recht ekelhaft war und so weiter. Und man behält sich diesen Menschen aber irgendwie auch im Hinterkopf beziehungsweise man erinnert sich vielleicht nicht an diesen Menschen, an diese Person, aber sie hinterlässt eben eine Spur, eine sehr nachhaltige Spur. Das Ganze ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass selbst wenn wir niemanden auf der Welt hätten, denen wir nahe stehen oder einen Angehörigen, selbst dann hinterlassen wir gewisse Spuren bei anderen Menschen, Eindrücke und so weiter. Und irgendwen tatsächlich kennen wir immer. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich in so einem Einsiedlerprinzip leben und ganz abgeschottet von der Allgemeinheit sind. Da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige Menschen. Das alles ist wichtig als Grundvoraussetzung, wenn man das mal so verstanden hat oder wenn man sich das mal ein bisschen näher führt, dann ist das eine wichtige Grundvoraussetzung, um den nächsten Punkt auch zu verstehen. Wenn Menschen ihr Leben riskieren, dann ist das meist etwas, was im Alltag als sehr heroisch empfunden wird. Auf der einen Seite könnte man hier an einen Feuerwehrmann denken. Der Feuerwehrmann ist bereit, um sein Leben zu kämpfen, wenn es vielleicht einem höheren Sinn dienen würde, einem höheren Zweck dienen würde. Also beispielsweise in ein brennendes Haus zu laufen, um ein kleines Kind daraus zu retten, das vielleicht beim brennenden Fenster gerade rausschaut. Das ist eine Art und Weise der Herangehensweise, die nicht jeder Mensch so inne hat. Und das ist auch nicht notwendig und das sollte man auch nicht von jedem Menschen verlangen. Aber es gibt definitiv Menschen, die ein sehr großes Bedürfnis haben, auch anderen Menschen in jeder Situation zu helfen. Selbst wenn es über ihre eigene Gesundheit entscheiden könnte, dieser Eingriff oder diese Operation. Das gleiche sieht man beispielsweise auch bei Menschen, die sich freiwillig dafür melden, in den Krieg zu ziehen. Das gleiche sieht man bei Menschen, die in Berufen arbeiten, die vielleicht gar nicht so gut bezahlt werden, aber gesundheitstechnisch doch sehr, sehr anstrengend sein könnten. All das zeigt, wir Menschen brauchen nicht unbedingt Bezahlung oder wir Menschen brauchen auch nicht unbedingt eine anderweitige Entlohnung, egal ob sie monetär ist oder vielleicht in Form von Anerkennung, um für andere Menschen etwas zu tun. Auf der anderen Seite tut der Feuerwehrmann auch gleichzeitig etwas, was ihm vielleicht oder wahrscheinlich meistens zwar bewusst ist, aber immer nur so sekundär auffällt. Und das ist, dass die Menschen, die zu Hause sitzen und wissen, dass der Mann gerade oder die Frau gerade bei einem sehr gefährlichen Einsatz, bei einem sehr gefährlichen Brand ist beispielsweise, dabei vielleicht sich verletzen könnte. Und das heißt, die Rettung des einen Menschen impliziert aber auf der anderen Seite auch das emotionale Leid oder die emotionale Sorge auf der anderen Seite. Und jetzt sollte man sich überlegen, was das für den Bergsport bedeutet, was das für das Bergsteigen bedeutet. Wir Menschen ziehen ins Gelände und der Unterschied zu einem Feuerwehrmann ist eigentlich der, dass was wir tun ist vollkommen sinnlos. Es hilft niemandem, wir retten niemanden damit, wir bekämpfen keine Krankheit damit, wir, also es passiert nichts, was in irgendeiner Weise nützlich für die Gesellschaft, für Einzelpersonen oder für die Natur ist. Gar nichts. Das Ganze dient also nur uns selbst. Und das ist der große Unterschied zum Feuerwehrmann. Die Sorgen, die aber entstehen können bei den Angehörigen und den Menschen, die nicht dabei sind, die sind aber exakt die gleichen. Es geht um den eventuellen Verlust von einem Menschen, es geht darum, dass nicht sichergestellt ist, dass diese Person zu 100% morgen oder heute auch wieder nach Hause kommt. Diese Sorge ist eine existenzielle Sorge, denn sie verbindet auf der einen Seite natürlich eine emotionale Verbindung, als auch natürlich Verbindlichkeiten im Sinne der Wirtschaftlichkeit, im Sinne der Verantwortung und so weiter. Und natürlich schwingt dann also auch eine gewisse Trauer, eine gewisse Sorge, eine gewisse Uneinigkeit mit den eigenen Gefühlen eine Rolle. Denn auf der einen Seite möchten wir ja Menschen ihre Leidenschaften lassen. Und das ist ja der Bergsport. Der Bergsport ist ja eine Leidenschaft. Egal, ob das Klettern oder das Wandern oder das Weitwandern ist oder der Extremsport, die extremen Auswüchse dieser Disziplin. Und wenn wir darüber reden, dass Menschen eine gewisse Sorge entwickeln, weil wir etwas tun, dann sollten wir uns doch in erster Linie fragen, warum lassen wir es dann nicht bleiben? Wahrscheinlich, und das ist eine harte, aber sehr konkret und passende Formulierung, weil wir Egoisten sind. Weil wir unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Vorstellungen vom Leben doch immer noch über die Vorstellungen unseres eigenen Lebens der anderen setzen. Also wenn meine Partnerin sagt, ich möchte nicht, dass du auf die Berge gehst und ich möchte es aber jedenfalls, dann endet das entweder in einem Konflikt oder es endet damit, dass ich einfach trotzdem gehe und meine Partnerin beispielsweise zurückstecken muss. Das alles führt langfristig dazu, dass man, naja, sich vielleicht irgendwo verliert in seinen Sorgen und dass man irgendwann akzeptieren muss, dass der andere oder die andere eben einen Sport betreibt, der gefährlich ist, der aber auf der anderen Seite auch relativ sinnlos ist. Das ist eben, wie gesagt, der Unterschied zum Feuerwehrmann. Interessant ist aber die Frage, was macht das eigentlich mit dem Menschen oder wie bewerten wir eigentlich den Menschen, der sich dazu entscheidet oder dazu entschließt, das einfach weiterzuführen? Die ganzen Konsequenzen, die möglichen Konsequenzen, die ganzen Gedanken und die Sorgen, die vielleicht andere Menschen dann haben, was verändert es eigentlich bei diesem Menschen und wie verändert es die Bewertung, die wir über diesen Menschen vornehmen würden? Ich sage nicht, dass wir Menschen, die in die Berge gehen, irgendwie bewerten müssen oder sollen, überhaupt nicht, aber stellen wir uns doch mal vor, wir müssten diesem Menschen, der Frau und Kinder zurücklässt und jetzt in der Eiger-Nordwand ein Solo probiert, wie würden wir diesen Menschen bewerten? Was für eine Eigenschaft, was für eine Charaktereigenschaft würden wir ihm zusprechen? Ja klar, wir könnten sagen, er ist entschlossen, das wäre ein sehr positives, eine sehr positive Formulierung. Wir könnten sagen, er ist sehr ehrgeizig, er ist sehr zielstrebig. Das sind alles Formulierungen, die einen gewissen Push in eine sehr konkrete Richtung fördern und zeigen, wohin es gehen soll für diesen einen Menschen. Aber wenn wir uns zuerst noch mal konkret klar machen, dass zu Hause Frau und Kind sitzen, dann würden vielleicht die Begriffe, die wir diesem Menschen zuordnen würden, ganz anders aussehen. Wir würden ihn vielleicht egoistisch nennen, wir würden ihn vielleicht verantwortungslos nennen, wir würden vielleicht sagen, dass er uneinsichtig ist, wenn es um den Alltag geht und um die eigenen Werte und Familie. Das alles zeigt eigentlich eins ganz gut, das, was ich eingangs gesagt habe, wir Menschen sind viel mehr als nur Bergsteiger. Wir Menschen, egal ob wir klettern gehen oder hochtouren oder sonst was, egal ob wir extreme Auswüchse des Bergsportes betreiben oder ganz harmlose, wir Menschen müssen in einem ganzen Bild betrachtet werden und auch in einem ganzen Bild uns selbst bewerten. Uns steht es nicht zu, andere Menschen zu bewerten. In der Podcast-Idee, durch die das Thema und diese heutige Episode letztlich entstand, da war ein gutes Beispiel Alex Honnert. Und er wurde vor kurzem Vater und meinte, er kann seinen Sport ja jetzt so nicht einfach verändern, denn er geht ja sehr, sehr wenig Risiko ein und er hat alles unter Kontrolle und so weiter und wenn er sich nicht gut fühlt, dann würde er das nicht machen, etc. etc. Das sind Argumentationen und Logiken, die, wenn man es mit den Disziplinen, die er betreibt, vergleicht, man eigentlich nur als lächerlich bezeichnen kann. Also, so wenig Risiko eingehen wie möglich und immer die Kontrolle haben, etc. Das ist natürlich absoluter Humbug. Ich glaube aber, dass er tatsächlich selbst davon überzeugt ist. Diese Menschen sind nicht schlechte Menschen. Diese Menschen wollen ja nicht irgendwie wie ihre Familie hintergehen oder stellen ihren eigenen Egoismus über die Familie. Ich glaube vielmehr, dass diese Menschen tatsächlich von dem überzeugt sind, was sie da sagen. Dass sie tatsächlich sagen, sie haben das unter Kontrolle, sie machen einen sehr sicheren Sport, sie kommen immer wieder nach Hause und der Erfolg gibt ihnen Recht. Ich glaube, dass das tatsächlich so eine logische Erklärung für diese Menschen selber ist und wir können uns eigentlich fast nicht leisten zu sagen, dass das nicht stimmt. Denn gerade bei Extremsportlern ist es sehr, sehr schwierig, sie zu beurteilen in diesem Punkt, denn wir selbst betreiben ja diesen Limitsport in diesem Sinne nicht. Also wir machen zwar das, wir kennen die Mechanismen dahinter, aber wie kontrolliert eine Situation letztlich aussieht und wie kontrolliert er sich in einer Situation fühlt, das steht uns überhaupt nicht zu, zu beurteilen und das steht uns überhaupt nicht zu, einschätzen zu wollen, denn wir wissen es gar nicht. Selbst wenn wir exakt dieselben Techniken anwenden würden, selbst wenn wir exakt dieselben Routen klettern würden wie Alex Honnold beispielsweise, im exakt gleichen Stil, wir könnten es immer noch nicht beurteilen, denn wir wissen ja immer noch nicht, wie es Alex Honnold letztlich dabei ging. Insofern ist es nicht ganz richtig zu sagen, er ist quasi ein Verdränger, er verdrängt die Gefahr, er verdrängt die Verantwortung, er ist ein Egoist, er will das alles nur für sein eigenes Leben tun und schaut überhaupt nicht auf sein Umfeld und seine Angehörigen. Gleichzeitig ist es aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass, wenn man das unter objektiven Gesichtspunkten betrachtet, er natürlich einen Risikosport betreibt und wenn er stirbt, natürlich auch eine große Einkommensquelle wegbricht für die Familie, er als Vaterfigur, gerade in den ersten Jahren eines Kindes beziehungsweise in den ersten Lebensjahren eines Menschen, grundsätzlich natürlich an Vater unfassbar wichtig ist, das weiß man ja, dann ist das alles natürlich nicht ansatzweise zu rechtfertigen. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, es sind zwei erwachsene Personen hier im Spiel. Man kann darüber diskutieren. Man kann ja beispielsweise als Mutter sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass du das nicht tust. Oder ich kann nicht so ein Kind bekommen unter der Voraussetzung, dass du einen solchen Risiko-Extremsport betreibst, bei dem du wahrscheinlich draufgehen wirst. Ich finde diese Kombination von zwei Erwachsenen, die sich hier eine qualifizierte Diskussion und Debatte über Verantwortung liefern, viel besser, als wenn man aus der Öffentlichkeit heraus dann diese Menschen kritisiert und versucht darüber zu urteilen, ob das jetzt intelligent ist oder vollkommener Schwachsinn ist, was sie da tun oder was er da tut. Denn man müsste ja schon die andere Person, die andere beteiligte Person schon besachwalten, damit man ihr tatsächlich die Verantwortung abspricht, selbst in diese Debatte einzusteigen und eigene Entscheidungen zu treffen. Es ist ja nicht so, dass man beispielsweise in der Familienplanung nicht einfach mal darüber reden kann, ob ein Beruf vielleicht eventuell zu gefährlich ist, um das Leben eines Kindes sicherzustellen und vor allen Dingen das qualitative Leben eines Kindes über die Zeit sicherzustellen. Ich weiß zum Beispiel, dass amerikanische Polizisten sehr, sehr oft ein Problem damit haben, eine Familie zu gründen, weil sie selber nicht wissen, wie sicher sie eigentlich sein können, dass sie in zwei oder in zehn Jahren nicht vielleicht schon irgendwo im Straßengraben liegen. Diese Gefahr geht so weit, dass die Menschen dieses Risiko dann zwar eingehen, aber gleichzeitig auch sehr paranoid und vor allen Dingen mit einer sehr, sehr dünnen Zündschnur durch ihren Dienst spazieren. Man kann es ihnen fast schon nicht absprechen, denn jeder Mensch hat ein Recht darauf, sich selbst vorzupflanzen, sich selbst irgendwie weiterzuentwickeln und vielleicht auch dem Nachfahren irgendwas mitgeben zu wollen. Und wenn das Ganze aber ein gewisses Risiko beherbergt, dann ist dieses Recht deshalb nicht erloschen. Und gleichzeitig muss man aber über die Verantwortungslosigkeit von Menschen reden, die auf der einen Seite einen extremen Sport ganz bewusst eingehen und extremes Risiko vielleicht ganz bewusst eingehen und auf der anderen Seite aber extreme Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen tragen. Und damit wird klar, und das sieht man meiner Meinung nach ganz deutlich, das Thema ist wahnsinnig schwer. Denn ich habe in der letzten Minute zwei Seiten dargelegt, die beide valide Punkte haben und die beide nicht falsch sind und aber vollkommen gegensätzlich sind. Das bedeutet, jeder Mensch muss für sich selbst irgendwo abwiegen, wie er mit der Verantwortung, die er für Angehörige trägt, selbst wenn das nicht nur Kinder sind, sondern vielleicht auch die eigene Frau, der eigene Mann, die Eltern, die Geschwister, was auch immer, muss damit rechnen, dass diese Frage irgendwann auf dem Tisch liegt. Egal, ob man sie sich selber stellt oder vielleicht die Frau irgendwann selber sagt, das, was du da machst, das ist mir zu gefährlich oder das ist mir zu brutal. Vielleicht kommt man auch von einem Kompromiss aus. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Sinnstiftung besser erklärt werden müsste. Denn wenn eine Frau oder ein Mann die Partnerin oder den Partner in den Feuerwehrdienst gehen lässt, dann ist das ein gefährlicher Job oder eine gefährliche Aufgabe oder in den USA einen Polizeidienst gehen lässt, dann ist es ebenso gefährlich, aber gleichzeitig ist es sehr sinnstiftend. Nicht nur für die Person selbst wahrscheinlich, sondern auch für die Gesellschaft, für die Sicherheit von Individuen, für die Sicherheit von Hab und Gut. All das ist wahnsinnig wichtig und ist sehr, sehr sinnstiftend. Das Bergsteigen, haben wir ja schon geklärt, ist nicht sinnstiftend im Sinne der Gesellschaft, nicht sinnstiftend im Sinne von Hab und Gut, auch nicht sinnstiftend im Sinne der Natur, sondern es ist höchstens sinnstiftend für die Person selber und ob die Sinnstiftung für eine Person allein dann letztlich reicht als Logik, als Argument, um diesen Sport zu betreiben, obgleich der Tatsache, dass die Menschen zu Hause haben, die sich wahrscheinlich um sie was scheren, logischerweise, oder auch sonst im näheren Umfeld Angehörige haben, dann wird die Sache natürlich schon schwieriger, denn plötzlich wird die Sinnstiftung kleiner und reduziert sich vor allen Dingen auf einen sehr subjektiven Rahmen, denn subjektiv, das ist das, was wir persönlich empfinden, das ist das, was wir persönlich wahrnehmen und wie wir es interpretieren und der gesellschaftliche Nutzen ist etwas, das objektiv sehr leicht messbar ist, also wenn es keinen Feuerwehrmann gibt, dann brennt das Haus ab und das Kind, das darin gerade um Hilfe weint, das wird sterben. Damit ist der objektive Nutzen eines Feuerwehrmanns legitimiert und deutlich festgelegt. Auf der anderen Seite jedoch sieht man das beim Bergsteigen eben nicht, also dementsprechend geht es nur um subjektive Wahrnehmung und nur um eine subjektive Sinnstiftung und die zu verteidigen auch vor sich selbst und das ist sehr wichtig, auch vor sich selber zu verteidigen, das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn man auch objektive Rahmenbedingungen hat, die dem Ganzen irgendwie unterstützend entgegenkommen. Ein großes Beispiel und ein sehr tragisches Beispiel dafür ist natürlich, wenn der Mensch stirbt und ich habe deshalb gerade auch gesagt, dass man sich selber auch diese Sinnstiftung erklären können muss und für sich selbst auch als valide erklären muss, indem man ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist und sagt, kann man eigentlich damit leben, dass man einen Sport betreibt, der letztlich vielleicht auch dazu führt, dass meine Familie alleine weiterleben muss, dass meine Familie im Stich gelassen wird, dass ich kein Teil von, was weiß ich, der Kindheit meines Kindes bin oder was auch immer, weil wenn man sich da verzettelt und wenn man da nicht ehrlich zu sich selber ist, dann kann man auch nicht ruhigen Gewissens auf die Berge gehen. Das wäre dann alles im Prinzip nur Verdrängung. Und wenn man ein Risiko eingeht und das tun wir alle, wenn wir morgens aufstehen und über die Straße gehen, dann sollte man sich immer bewusst sein, dass hinter jedem Risiko eine Konsequenz steckt, eine mögliche Konsequenz und dass diese mögliche Konsequenz mit sich selbst vereinbar sein muss. Das Ganze erfordert aber natürlich eine gewisse Selbstreflexion. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Art der Selbstreflexion noch gar nicht so omnipräsent gesehen haben, denn viele Menschen fahren ja auch freiwillig gerne bei 100 kmh Geschwindigkeitsbeschränkungen mit 200 Sachen durch die 100er-Zone oder mit einem 50er durch die Fußgängerzone und so weiter. Das sind Menschen, die sehen eben die Konsequenzen nicht und können sie eben auch nicht bewerten, weil sie sie eben nicht sehen. Und da frage ich mich persönlich und das ist eine Frage, weil ich sie mir nicht beantworten kann, warum das so ist. Warum Menschen eigentlich nicht selber manchmal überlegen, ob das, was sie tun, nicht Konsequenzen hat und vor allen Dingen, ob ihr eigenes Ableben, wenn sie sich in Gefahr bringen, nicht auch letztlich Konsequenzen hat. Jemandem zu helfen ist eine Tat, die in der Gesellschaft sehr gestützt wird. Also auch wenn man dabei ein eigenes Risiko eingeht. Wie gesagt, der Feuerwehrmann. Ich muss glaube ich nicht viel mehr dazu sagen. Auf der anderen Seite helfen wir uns selbst aber auch mit unserem Seelenfrieden, mit der Erfüllung eines Interesses natürlich Spaß am Leben zu haben. Ist es also Selbsthilfe und ist diese Selbsthilfe dann letztlich auch genauso viel wert, wie wenn wir einem anderen Menschen helfen? Das ist meiner Meinung nach eine spannende Frage, denn damit kann zum Beispiel dieser Sport, dieser extreme Sport, besser oder schlechter legitimiert werden. Nicht nur vor sich selber, sondern auch vor anderen Menschen. Ich möchte auch nochmal kurz auf den Punkt der Verantwortung zu sprechen kommen. Wir Menschen sind natürlich für uns selbst verantwortlich, aber wir Menschen sind auch für Menschen verantwortlich, die uns nahestehen und vielleicht trotzdem auch schon erwachsen sind. Natürlich, wir sind für Kinder immer verantwortlich und übernehmen hier auch eine deutlich größere Verantwortung, aber wir sind auch für die Emotionen unserer Mitmenschen verantwortlich. Denn wenn ich jetzt meinem Gegenüber im Bus sage, dass er ein Arschloch ist, dann bin ich verantwortlich für die negativen Emotionen in ihm. Wenn ich sterbe und meiner Familie sehr wichtig bin, dann bin ich verantwortlich für die Emotionen, die sie dann letztlich empfinden werden, weil sie mich selber im Straßengraben gefunden haben oder weil sie mich identifizieren müssen oder beerdigen müssen. Das alles ist Verantwortung. Und die Menschen, die sagen, naja, wenn ich mal nicht mehr bin, dann ist ja wurscht, weil ich kriege eh nichts mehr mit, die denken das, glaube ich, zu egoistisch und vor allen Dingen zu egozentrisch. Ich glaube, wir Menschen hängen alle viel mehr miteinander zusammen, als wir glauben. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht in irgendeiner esoterischen Art und Weise, sondern wir beeinflussen uns einfach sehr stark und da hinterlassen wir eben auch sehr vieles. Und wenn wir einen Risikosport eingehen, dann übernehmen wir die Verantwortung, am Ende des Tages wieder heil zurückzukommen, weil es letztlich sehr vielen Menschen eben wichtig ist. Und das bringt mich letztlich auch zu der Frage, wie viel Risiko können wir eigentlich uns selbst gegenüber verantworten und wenn wir selber irgendwann entschlossen sind, dass wir das Risiko eingehen wollen, dann müssten wir theoretisch auch mit offenen Karten spielen und sagen, hey, ich habe hier eine Tour geplant, die Chance, dass ich das überlebe, liegt irgendwo bei 50-50, weil der Lawinen, weil die Lawinengefahr einfach auf diesem Berg immer immens hoch ist und weil das eine ganz spezielle Situation ist und eine sehr, sehr schwere Wand und so weiter. Ich kann damit leben. 50-50, 60-40, irgendwie sowas. Ich kann damit leben. Das Risiko ist mir, ist zwar hoch, aber es ist es mir wert, denn die Erfahrung ist unglaublich. Aber kannst du damit leben, als Partnerin, als Partner, kannst du damit leben, dass ich zu 40% morgen nicht mehr nach Hause komme? Es wird Menschen geben, die sagen, hey, wenn das das ist, was dich glücklich macht, dann mach es. Aber es wird wahrscheinlich, und das wird wahrscheinlich die Mehrheit sein, auch Menschen geben, die sagen, nein, bitte lass das, das Risiko ist einfach zu groß. Die Akzeptanz gegenüber dem Risiko von anderen Menschen, wie gesagt, die bemisst sich wahrscheinlich meist vor allen Dingen durch die Frage, hat sie irgendeinen sinnstiftenden Hintergrund? Und ob die Selbsterfüllung oder ob die Sinnstiftung durch die Erfüllung der eigenen Interessen ausreichend ist, um es damit zu legitimieren oder nicht, das ist am Ende des Tages eine Frage, die sich jeder für sich selber stellen muss und die jeder Mensch letztlich auch mit den Menschen besprechen muss und ehrlich besprechen muss, die er zurücklassen würde, wenn er am nächsten Tag eben nicht mehr kommt. Es geht nicht um den Tod und es geht auch nicht darum, dass man Verantwortung für etwas übernimmt, es geht vor allen Dingen eben um die Frage, wie egoistisch will man eigentlich sein, um Bergsport auszuüben. Denn Bergsport und wir, die meisten von uns betreiben es ja in einem sehr, ich sage jetzt mal, gemäßigten Rahmen, ist immer mit Risiko behaftet. Immer. Es ist egal, was wir am Berg tun, ein gewisses Restrisiko können wir nie ausschließen. Wir können uns natürlich in eine extra große Gefahr begeben, aber das ist nicht mal unbedingt notwendig. Aber gleichzeitig müssen wir uns dem gegenüber eben auch ehrlich sein und sagen, wir sind so egoistisch, dass wir das trotzdem tun. Egal, was hinter uns steht und wer hinter uns steht. Und es gibt viele Menschen, die den Bergsport an den Nagel hängen, zumindest in den extremen Formen, wenn Kinder auf der Welt sind, wenn sie Partner gefunden haben und so weiter. Und es gibt viele Leute, die dranbleiben und trotzdem weitermachen. Der eine Mensch ist nicht weniger egoistisch als der andere Mensch. Er hat einfach nur eine andere Wertigkeit dafür gefunden und vor allen Dingen eine andere Legitimation. Ob diese Legitimation dann objektiv stimmt und richtig ist, wie gesagt, das steht uns nicht zu bewerten, denn das müssen diese Menschen mit den Menschen, die letztlich die Konsequenzen ausbaden müssen, selber ausmachen. In diesem Sinne, passt auf, ich auf, bis zum nächsten Mal, bergheil.